Die Veranstaltung ist einfach sehr kompakt. Ich treffe hier zwischen 500 und 600 Personen, ich weiß nicht, wie viele die sich hier angemeldet sind, aus dem Bereich der Lasertechnologie. Es sind Menschen, die mit mir zusammen als Kunde fungieren, die als Partner fungieren, teilweise als Wettbewerber fungieren und man geht hier einfach mit einem deutlich größeren Anteil an Wissen raus nach der Veranstaltung, auch wenn man, wie ich jetzt, 30 Jahre in der Laserszene ist, lernt man hier in sehr kurzer Zeit relativ viel dazu aus den verschiedensten Fakultäten und Bereichen. Das macht es wirklich spannend. Es ist ein tolles Netzwerk. Ihr werdet 600 oder 700 von den wichtigen Leuten aus Deutschland, aus Europa, aber auch weltweit, die einige der wichtigen Spieler, Unternehmen, Forscher in der Photonics-Industrie sind. Für mich, von SPIE, ist das Teil meiner Arbeit, dass es mit Menschen in der Industrie verbunden ist. Und das ist einfach ein wunderbarer Ort, das zu tun. Das AKL ist enorm wichtig für uns, weil es zunächst eine intellektuelle Leistungsschau ist, der Branche. Die Branche präsentiert sich hier und hat den Ehrgeiz zu zeigen, was man kann, was man erreicht hat. Und das führt zu einer Offenheit im Dialog, die aus meiner Sicht unvergleichlich ist. Ich denke, das Besondere am AKL ist, dass es eine Atmosphäre schafft, die auf Vertrauen gründet. Wir sind ja in einer paradoxen Situation. Wir kommen hierher als Branche, als Community, die im Wettbewerb zueinander steht in vielen Fällen. Und trotzdem gelingt es hier dadurch, dass das Warnhofer Institut die Branche auf eine wissenschaftliche Ebene im Dialog hebt, dass man sich vertrauensvoll austauscht, ohne dabei natürlich irgendwelche kartellrechtlichen Grenzen zu überschreiten. Ich denke, das Level der Sprecher, die Content, ist ungewöhnlich in der Industrie. Wir haben eine globalische Presse hier gesehen. Wir haben einfach gehört, die CEOs von all die majorer Laser-Companyen zu geben, uns in die Zukunft zu geben. Ich denke, ich denke, dass ich nicht woanders hätte, woanders hätte ich gesehen, dass ich dieses Content gesehen habe, diese Leute gesehen haben, und diese Leute gesehen haben, und diese Vorwürfeierungen zu sehen, in die Zukunft der Laser-Prozessung. Vielen Dank.